Optik und Akustik Böckstiegel ist Ihr kompetenter Partner für Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte. Suchen Sie eine modische Sonnenbrille oder benötigen Sie neue Kontaktlinsen? Unser breites Sortiment bietet bestimmt auch für Sie das Richtige. Ein Rundum-Augen-Check, neueste Technik und jahrelange Erfahrung garantieren, dass unsere Brillen und Kontaktlinsen immer perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. Auch Ihre Ohren sind bei uns in guten Händen. In unserem modernen Hörstudio führen wir eine Höranalyse durch, um Ihr Hörgerät individuell anzupassen. Regelmäßiger Service stellt sicher, dass Sie sich auf dieses entscheidende Stück Lebensqualität jederzeit verlassen können. Besuchen Sie uns in der Bünder Innenstadt direkt am Museumsplatz und überzeugen Sie sich selbst.